Wie die Weigerung meiner Tante ihren Hijab abzulegen, das Leben meiner Familie rettete. Im Jahr 1979 hat mein Großvater die Entscheidung getroffen, seine Heimat in Syrien zu verlassen und ein neues Leben in den USA zu beginnen. Geplant war, dass mein Großvater als erstes nach Kalifornien reist und meine Großmutter mit ihren sieben Kindern nachkommt. Ihre Reservierungen für den American Airlines Flug Nummer 191 umfassten einen Zwischenstopp in New York, eine Anbindung in Chicago und schließlich die Ankunft in Kalifornien. Sie landeten zuerst in New York. Alle Einwanderer mussten vor ihrem nächsten Ziel zunächst eine Green Card beantragen. Meine Tante Hala hatte kürzlich erst angefangen, den Hijab zu tragen. Als die Zeit für ihr Foto kam, warteten sie meine Tante, ihren Hijab abzulegen. Doch sie weigerte sich. Sie informierten meine Tante immer wieder, dass sie nicht in der Lage sein würde, nach Amerika zu ziehen oder ihren nächsten Flug zu nehmen, bis sie dieses Foto aufnimmt. Aber sie war standhaft und sie bestand auf ihre Rechte. Mittlerweile wurde meine Großmutter ungeduldig, da sie um die halbe Welt geflogen war und nahezu ihre gesamten Ersparnisse für dieses Ticket ausgegeben hatte. Deshalb wollte sie den nächsten Flug nach Kalifornien nicht verpassen. Meine Großmutter flehte sie an und bat sie, dass sie ihren Hijab ablegen und das tun solle, was die Einwanderungsbeamten ihr sagten. Aber meine Tante weigerte sich jedoch weiterhin. Sie versicherte den Beamten, dass es egal sei, wie viele Beamte sie hinzurufen würden und dass sie ihren Hijab für dieses Foto nicht ablegen würde. Nachdem die Beamten ihre Vorgesetzten gerufen hatten, akzeptierten sie schließlich die Forderung meiner Tante und erlaubten ihr, ihren Hijab für das Foto anzubehalten. Doch es war bereits zu spät und die gesamte Familie verpasste den Anschlussflug. Sie mussten neue Flugtickets kaufen und die Nacht in New York verbringen. Wütend und verärgert belehrte meine Großmutter meine Tante während des gesamten Flugs nach Kalifornien. Als sie schließlich in Kalifornien ankamen, umarmten sie meinen Großvater und begrüßte sie weinend. Er sagte, Alhamdulillah, ihr seid am Leben, Alhamdulillah, ihr seid am Leben. Der ursprüngliche Flug, den ihr nehmen solltet, ist abgestört. Und alle 271 Passagiere sind gestorben. Sie standen alle unter Schock und waren überwältigt. Alle wurden zu Tränen gerufen. Dies ist das Passfoto meiner Tante. Dieses Foto ist ein Symbol für den Mut und die Liebe meiner Tante zu ihrem Hijab. Sie hat mit diesem Verhalten das Leben meiner Familie gerettet. Wir hätten kein Leben in Amerika anfangen können, wenn sie sich nicht für dieses eingesetzt hätte, woran sie glaubte. Diese eindrucksvolle Geschichte zeigt, dass Allah den Muslimen hilft, wenn sie sich an seine Gesetzgebung halten. Egal wie schwer der Umstand scheint, der Muslim sollte stets darauf achten, die ihm erlegten Pflichten zu erfüllen und sich von dem Verbotenen fernzuhalten. Gleichzeitig sollte der Muslim den Erfolg bei Allah trachten und sich auf seinen Schutz und seine Hilfe verlassen. Ja, eyyuhallذien آمنوا, إن تنصروا الله, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.